In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Exit-Syntax-Element verwenden, um eine Prozedur abzubrechen. In LOVC werden Prozeduren abgebrochen, wenn eine Wertezuweisung nicht möglich ist. In diesem Beispiel wird zuerst eine Tabelle aufgerufen, danach wird eine Farbe gesetzt. Wenn kein passender Eintrag in der Tabelle gefunden wird, wird die auf den Tabellenaufruf folgende Syntax nicht ausgeführt. In AVC ist dies nicht der Fall, die Prozedur wird weiter ausgeführt. Dieses Beispiel hat eine identische Struktur wie zuvor. Die Tabelle liefert nur Werte für Typ 1 und Typ 2. Wir schalten in die Simulation und wählen Typ 3, die Farbe ist immer noch gesetzt. Dies bedeutet, dass alle Schritte innerhalb einer Prozedur ausgeführt werden, unabhängig davon, ob ein vorheriger Schritt erfolgreich war oder nicht. Um eine Prozedur bedingt zu beenden, können Sie nun das Syntax-Element Exit verwenden. Wenn die Bedingung wahr ist, wird die Prozedur sofort beendet. Prozedur mit Exit-If beginnen, können Sie steuern, ob die Prozedur überhaupt ausgeführt werden soll. Exit bricht nur die aktuelle Prozedur ab. Alle nachfolgenden Prozeduren werden trotzdem ausgeführt. Zusammengefasst ist das Exit-Syntax-Element eine nützliche Ergänzung, um den Ablauf des AVC-Modells zu steuern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.